recht herzlich willkommen zur 101 folge von towns ja machen wir gleich schon einen tacken schneller wir hatten letztes mal drei personen da noch rüstung besorgt damit die da rumjumpen können ohne gefahr die sind weg letztes mal wachten sie schon 30 das wunderbar gut ja was machen wir dann hier hinten haben wir noch mauerwerk hat das auch schon zu hat auch schon geklappt okay aber was wir in den raum machen wissen wir auch noch nicht ne irgendwie hat man das mit essen küche und sowas gedacht schwierig ne ich denke wir machen hier noch weiter raum irgendwo klopft einer steine ich glaube nur einer und da ist ja der gang auch mal die türen gegenüber hin nach der schiff das nicht gedrückt und zinuckelte das nicht so dann oder neuen raum der skarbrot kann da eigentlich weg und dann müssen wir aber neuen bauen wir mal gleich schon hierhin würde ich vergessen nachher ob ihr wird auch schon geboren der zerfällt sogar schon gut das war ein zu tief so irgendwo klop 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 hatten wir gehört wahrscheinlich hier oben wäre es endlich abgebaut nö immer noch nicht okay aber das wäre auch nicht hier zu hören würde ich mal sagen oder 35 happiness ist ziemlich gut da ist das steine sind auch genug da wir haben drei helden waren das nicht mal vier letzte folge ich weiß nicht mehr obst und gemüse nee da wollte ich gar nicht hin hier wollte ich hin gucken was wir zu essen haben zwei brote nur äpfel bieren das andere ist jetzt nicht im anstich ja sind alle zufrieden und essen 38 super wir sind hier das ist nur so ein schatten weil da keine kerze ist okay ich dachte das wäre was anderes gut der liebte kein skarbrot macht immer weg na ja können wir eigentlich schon die nächste reihe machen oder die geht auf jeden fall und die würde ich jetzt sagen geht bis dahin auf jeden fall das geht auch ganz das geht gut kommen auch schon so weit machen kommen schon wieder steine ich glaube wir müssten da sogar noch einen höher damit die aufs dach dann nachher kommen gut das geht dann auch das geht das geht auch kann man schon zubauen so die wand auf hätte ich mal ja das geht und das geht ja eigentlich auch klar doch kommen drauf da auch hin wo man das auch schon da das geht auch schon das schon das doch genau da geht es das wird schon zugebaut das auch passt ne der geht noch nicht da wird alles schön gebaut hier ist keiner runtergefallen hinter da sind noch zwei empfehlen da wird gar nicht gebaut die ersten sind da oben hängen geblieben jetzt war vielleicht nicht so eine ganz tolle idee oder kommt da noch einer und macht was ja aber an der falschen stelle natürlich jetzt da wo ich gar nicht erwartet habe natürlich jetzt ganz schlecht dass die beiden da drauf sitzen geblieben sind super oder hier wird jetzt da doch da kommt jemand falsche stelle da wieder ja auch falsche stelle sterben die beiden gleich da noch kommt noch ein stein auch falsche stelle kommt noch einer passt da auch nicht auch wieder nicht die richtige stelle aber jetzt oder? ne sind immer noch da oben kann es jetzt nicht sein, oder? jetzt aber, oder? ja, krass die beiden können ja immer noch nicht runter das ist nicht wahr, die bauen überall noch nicht da ist die eine person schon gestorben, oder was? ich sehe aber keinen Leichnam, oder sowas das ist nicht wahr, oder? ja, die eine ist da runtergegangen, okay ja, jetzt wird es aber Zeit der geht schon so langsam ist nicht wahr, oder? jetzt kann er runter ja gut, dann wollen wir weiter machen wir mal so der Eckstein geht auch das geht auch ach so, dann könnten wir das Dach natürlich komplett zu machen, ne? so genug zu bauen, erstmal da hier sieht es mit dem Essen aus 7 rote, 14 Äpfel, 13 Birnen alles gut 41, das ist auch mehr geworden dann wahrscheinlich auch durch dieses Unhipp hier eben vielleicht ach so, da müssen noch zwei Steine händen das ist auch höher wird das ist auch höher wird Entschuldigung Frosch im Hals ja, hier machen sie jetzt zu und machen wir da auch zu und ja, haben wir nicht mehr ausgewählt weil wir Shift-Taste nicht gedrückt haben gut, passt das ist okay das müsste eigentlich auch fast bis auf den da funktionieren gucken, wo der da hinläuft dann ja, das geht irgendwie nicht, ne? vielleicht so und fällt da einer gleich runter wahrscheinlich in der Ecke hier ist keiner unten liegend, oder? ne ok, dann geht das auch sollten alle zugebaut werden können hier nur der da, der muss mal langsam dahin, ne? so gut und und keiner runtergefallen bisher bauen richtig schön zu, ne? muss eigentlich gehen sorgt den einen, aber dann kommt bestimmt ein anderer Stein zuerst dann geht das doch hm da kommt wieder ein Stein hm ok, da ist tatsächlich der Ober zuerst gebaut worden und der untere da fehlt noch ja da hat's den ersten erwischt ja, da hat's den ersten erwischt einer ist runtergefallen so, machen wir das mal hier könnte dann auch noch einer runterfallen, aber der wird jetzt erstmal da hoch getragen und wird an die Stelle gepackt gut wird werden ich glaub die sind alle blau ne, der könnte jetzt, weil der runtergefallen war nicht blau sein, ne? muss auch nochmal gucken komm, ziehen wir einmal ganz rüber zwei zwei in der Mitte können runterfallen ist aber nicht schlimm dann heben wir die wieder auf so kommt noch mehr ok ok ich glaube da kann nichts mehr schief gehen ja ok, brauchen wir erstmal nicht mehr beobachten andere Stelle weitergeguckt happiness sieht mit 43 gerade gut aus ist allerdings einen runtergegangen wie wir gerade gesehen haben, aber das ist schon mal eine Top-Zahl sowieso zwölf, dreizehn, zwölf zwei Kuchen sogar hier da auch noch zwei was wollen wir mehr da gibt's irgendwann andere Essen auch noch äh, was machen Steine denn im Erdgeschoss und Kerzen achso hier war ja auch noch so ein bisschen was die entdecken können ne? ok, da ist eine blaue Mütze Kopftuch hier ist noch was zu entdecken da auch ok da läuft einer da was macht die Person wo geht die hin? die holt das blaue Kopftuch oder was? ne? ist auf dem anderen Weg unterwegs hat die da jetzt was geholt oder nicht? sah jetzt nicht so aus, ne? hm naja hier unten gibt's auf jeden Fall noch was zu entdecken, ne? wohl, irgendwo sind die Helden schon relativ weit vorne wohl und es wird auf jeden Fall geklopft irgendwo, ah, da oben ist er Steine werden abgebaut und sind jetzt hier dann auch ziemlich abgebaut oder wie sehe ich das? könnte sein, ne? ja ich glaube, dann machen wir hier einfach so weiter, ne? mal das weg wo waren die Treppe? hier, gut kann nichts passieren, ne? ne äh das würde bedeuten, wir können das hier ah, falsch geklickt genauso abreißen gut, dann fehlen da noch ein paar Laternen dafür müssen wir den weg machen und da muss er hin gut, bauen wir die Laternen noch gerade auf äh Deko Kerzen Kerzen äh dahin und ich glaube dahin, ne? ja, sieht so aus dann ist das da auch abgedeckt äh da muss noch eine hin hier müssen auch noch irgendwo welche bestimmt hin, aber das sehe ich jetzt gerade nicht machen wir später auf jeden Fall die Kerze kann nicht scheinen, weil da warte mal, das ist die Kerze eins, zwei, drei eins, zwei, drei eins, zwei, drei dann müsste da eine stehen ist aber ein Stein, glaube oder? ne, ist kein Stein dann würde bedeuten, dass da eine noch hin kann gut, da ist auf jeden Fall was zum abbauen das macht die Happiness 47 kurz vorm neuen Jingle 24 haben wir läuft, oder? so viel Happiness haben wir noch nie gehabt den ganzen zwei Staffeln nicht 48 jetzt warten wir noch ab, bis die kommen wenn sie denn kommen komm na komm Jingle 27 müssen es werden, oder? 27 komm trau dich komm 48 immer noch hallo dauert ja ewig, ne? ah, 48 ist 48 die magische Zahl von wir haben keine Zimmer mehr 6 12 24 ja, ich glaube ja 6 12 6 12 ja, es ist die magische Zahl das bedeutet in der nächsten Folge müssen wir unbedingt Zimmer bauen wir haben noch tatsächlich ne nein quatsch oder? 6 12 doch 48 ne, wir haben ja nur 24 wir haben 48 Zimmer, oder? ah, da sind sie gekommen gut, okay boah, 56 von 48 auf 56 aber das kriegen wir in der nächsten Folge dann alles gestemmt, denke ich mal da müssen wir nur zusehen, dass wir die ausrüsten und dass die alle ne Waffe kriegen und vor allem Rüstung okay, dann würde ich sagen recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid bis dann tschüss tschüss j tschüss 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 tschüss